NEO ist aktuell wieder relativ günstig zu haben. Der Coin notiert deutlich unter der Marke von 8 Dollar, nachdem wir in diesem Jahr schon bei über 20 US-Dollar waren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, soll man jetzt zu diesen Tiefstpreisen zugreifen oder soll man doch eher bis Mitte nächsten Jahres warten, bis die neue Blockchain 3.0 von NEO auf den Markt kommt oder was soll man tun? Genau das schauen wir uns jetzt im aktuellen Video gleich näher an. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Crypto Report. Mein Name ist Alexander Mittermeier. Bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der wird es wissen. Ich bin ein alter Unshares Veteran. Das bedeutet, ich bin schon länger bei NEO dabei. Das heißt, schon lange bevor die Umbenennung im NEO überhaupt erfolgt ist. Ich habe mich Anfang 2017 bei Unshares eingekauft und bin dann auch bei NEO dabei geblieben, als der Coin dann auf oder in die Richtung von 200 US-Dollar gelaufen ist. Ich habe dann auch den Abstütz mitgemacht bei etwa 5 Dollar im Jahr 2018. Ich habe keinen Coin verkauft und viele haben mich damals für verrückt erklärt und gemeint, ja, da hättest dir Zehntausende von Euros machen können, warum hast du nicht verkauft und so weiter. Also ich bin dann nach wie vor langfristig von diesem Projekt überzeugt, weil das Team nach wie vor mit Hochdruck daran arbeitet, um eben NEO 3.0 umzusetzen und dabei geht es ja auch um diese dezentralen Anwendungen für den Unternehmensbereich, für die ganz großen Anwendungen und da soll eben NEO 3.0 wichtige Probleme lösen. Man ist aktuell zu 70 Prozent fertig. Ich blende euch einmal diese Grafik von GitHub dazu ein und ich habe auch schon ein Video zu NEO 3.0 gemacht. Das blende ich euch auch ein, könnt ihr euch auch nochmal ansehen. Aber ich möchte heute eine Vorschau geben, weil eben NEO einige wichtige Details zu NEO 3.0 veröffentlicht hat. Unter anderem wird es sehr wahrscheinlich einen Rat vorgeben und außerdem ist NEO zuletzt der .NET Foundation von Microsoft beigetreten als erstes Blockchain-Projekt überhaupt und das ist auch nicht gerade unwichtig. Genau das schauen wir uns aber auch gleich näher an. Doch vorher ein kurzer Blick nochmal auf den Chart, denn dort scheint sich momentan NEO zu stabilisieren. Bis gleich auf meinem Bildschirm. So, wir sind hier schon auf meinem Bildschirm. Wir sehen den NEO-Chart in US-Dollar. Die Preisdaten kommen von der Kryptobörse Bittrex. Heute ist der Montag, der 7. Oktober mittags und wir sehen den NEO-Kurs bei 7,35 Dollar, nachdem wir im Juni bzw. Ende Juni dieses Jahres ja schon bei über 20 US-Dollar waren. Aber seither ist der NEO-Kurs deutlich gefallen. Wir notieren aktuell unter dieser 200-Tage-Linie, das ist diese orange Linie und auch unter diesem einfachen 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt, das ist diese türkise Linie. Wir haben am 27. August ein sogenanntes Dead Cross gesehen, also diese türkise Linie, der einfache 50-Tage-Durchschnitt hat diese 200-Tage-Linie von oben nach unten durchbrochen. Das ist kein so gutes Signal. Ich würde dieses Dead Cross aber jetzt nicht überbewerten, weil dieses Dead Cross in einem Aufwärtstrend quasi entstanden ist. Also diese 200-Tage-Linie war zu diesem Zeitpunkt in einer Aufwärtsbewegung, was man hier eindeutig sieht. Und ich denke aber, dass NEO hier unten in diesem Bereich eine gute Chance auf eine Bodenbildung hat. Ich habe hier bei 6,70 Dollar eine Unterstützung eingezeichnet. Die ist auch schon in den letzten Tagen und Wochen zweimal getestet worden. Und diese 6,70 Dollar hat den NEO-Kurs auch Anfang Februar 2019 gestützt und auch im November 2018 als Unterstützung gedient. Auch wenn der NEO-Kurs hier kurzzeitig darunter gerutscht ist, denke ich, dass diese 6,70 Dollar NEO eine Unterstützung bieten. Wenn wir uns das Ganze jetzt aus der Nähe anschauen, dann sehen wir, dass sich der NEO-Kurs in diesem Abwärtstrendkanal seit Juli im Prinzip bewegt. Wir sind hier zuletzt an der Oberkante dieses Abwärtstrendkanals abgeprallt, auch an diesem 50-Tage-Durchschnitts und sind hier im Prinzip unter die Marke von 8 Dollar gefallen. Wie stehen jetzt die Chancen für eine Trendwende? Wenn wir uns die einzelnen Indikatoren anschauen, dann sehen wir, dass der MACD hier ein zaghaftes Kaufsignal liefert. Also diese türkise Linie scheint hier die orange Linie von unten nach oben zu durchkreuzen. Und auch, was die Trendstärke angeht, also der relative Stärkeindex, zieht hier zaghaft an. Aber das ist nicht wirklich überzeugend, muss ich sagen. Vor allem, wenn ich mir das On-Balance-Volumen ansehe, dann sehen wir, dass das OBV sich in einem Abwärtstrend befindet. Und das On-Balance-Volumen misst ja das Verhalten der Großanleger. Und das bedeutet, dass hier momentan nicht wirklich viel Geld in NEO reinfließt. Was ist jetzt das kurze Fazit von dem Ganzen? Also es ist festzuhalten, dass sich NEO in diesem Abwärtstrendkanal befindet, aber durchaus natürlich eine Chance auf eine Bodenbildung hat, wenn diese Unterstützungslinie bei 6,70 Dollar halten sollte. Also diese Linie müsst ihr meiner Meinung nach im Auge behalten. Und wenn sich hier eine Bodenbildung abzeichnet, das bleibt in den nächsten Tagen und Wochen abzuwarten. Und daher ist das Fazit von dem Ganzen erst einmal abwarten, füße stillhalten und auf eine Bodenbildung warten. Wie wir gerade auf meinem Bildschirm gesehen haben, befindet sich NEO noch in einem Abwärtstrend, aber das kann sich sehr schnell ändern. Wie wir zuletzt bei Chainlink gesehen haben, Chainlink ist ja auch monatelang korrigiert sozusagen oder beziehungsweise wochenlang nach unten gelaufen, aber jetzt hat sich eine Trendwende abgezeichnet. Der Kurs ist zuletzt massiv explodiert. Ich habe es im letzten Krypto-Report auch angedeutet und euch auch geschrieben, dass sich bei Chainlink eine Trendwende abzeichnet und mit steigenden Kursen zu rechnen ist. Und genau das ist auch eingetreten. Der Kurs ist wie gesagt zuletzt deutlich gestiegen. Wenn ihr solche Hinweise künftig nicht mehr verpassen wollt, dann meldet euch einfach unter krypto-report.de an. Dann seid ihr jeden Samstag dabei, wenn unser kostenloser Krypto-Report erscheint. Wenn ihr ansonsten auf den Laufenden bleiben wollt, dann folgt mir einfach auf Twitter. Dort gebe tagesaktuelle Nachrichten weiter. Und dann seid ihr auch hier auf den Laufenden, was brandaktuelle News im Kryptosektor angeht. Kommen wir nun zu unserem Hauptthema zurück. Also bei NEO tut sich einiges. Wie gesagt, eine kurze Rampemerkung auch nebenbei. Die Zahl der Transaktionen ist Anfang Oktober auf 60.000 Transaktionen pro Tag nach oben geschossen. Der Grund dafür ist meiner Meinung nach das Blockchain-Spiel Blocklords, das seit Juli oder August auf NEO verfügbar ist. Das ist momentan das Topspiel auf der NEO-Blockchain. Und Anfang Oktober hat es eine, ja nochmal, Aktion gegeben, wo rare virtuelle Gegenstände sozusagen an die Spieler verteilt worden sind. Und das hat meiner Meinung nach auch mit dazu beigetragen, dass zuletzt die Transaktionen auf der NEO-Blockchain deutlich zugenommen haben. Aber das ist, wie gesagt, nur eine kleine Randbemerkung nebenbei. Ansonsten geht natürlich die Entwicklung bei NEO weiter. Und wie gesagt, ist NEO dieser .NET Foundation beigetreten. NEO entwickelt ja nicht nur spezielle Entwicklerwerkzeuge für die Spielebranche, möchte sich da in diesem Bereich festsetzen, sondern möchte auch diese .NET-Entwickler ansprechen. Warum ist es so? Ja, es ist ganz einfach. Es gibt etwa sieben bis acht Millionen .NET-Entwickler weltweit, die in diesem Bereich programmieren. Und genau diese Leute möchte NEO erreichen und für die NEO-Blockchain begeistern. Und darum macht es durchaus Sinn, hier auch dieser .NET Foundation beizutreten. Sehr wichtig für NEO ist natürlich die Weiterentwicklung von NEO 3.0, also diese nächste Generation der Blockchain, die im nächsten Jahr dann fertig werden soll. Ich möchte jetzt nicht auf jedes Detail dieser Verbesserungen eingehen, sondern vor allem zwei wichtige Neuerungen hervorheben. Und zwar betreffen diese die NEO-Virtuell-Maschinen, also NEO-VM. Und zwar ist es deswegen so wichtig, weil diese NEO-Virtuell-Maschinen diese Smart Contracts, also diese schlauen Verträge verarbeitet, die in NEO ja in unterschiedlichen Programmiersprachen geschrieben werden können. Also C-Sharp, Javascript, Golang und TypeScript. Und daher ist es sehr wichtig, dass diese Virtual-Maschine absolut top läuft, dass diese wirklich absolut optimiert ist. Und NEO möchte jetzt zwei Upcodes entfernen und zwar Check-Sig und Check-Multi-Sig. Die sollen herausgenommen werden und auf einen anderen Layer verschoben werden, damit diese Virtual-Maschinen erstens effizienter wird, leaner sozusagen, schmaler und damit deutlich effizienter wird und vor allem völlig unabhängig von der NEO-Blockchain. Also man möchte diese NEO-Virtuell-Maschinen von der NEO-Blockchain entkoppeln und das bedeutet, dass diese virtuelle Maschine nicht nur auf der NEO-Blockchain zum Einsatz kommen soll, sondern auch in anderen Blockchains zum Einsatz kommen könnte, um diese Smart Contracts zu verarbeiten. Und neben diesen Effizienzoptimierungen möchte man auch neue Funktionen einführen, wie zum Beispiel Sculpt Witness. Und zwar geht es darum, dass man Transaktionen damit effizienter und vor allem sicherer macht in NEO 3.0. Denn in NEO 2.0 war es so, dass Smart Contracts nicht direkt mit diesen Native Assets, also mit NEO und der Kryptowährung NEO Gas und anderen Tokens, die auf der NEO-Blockchain laufen, interagieren konnten. Also das war nicht möglich. Also diese Smart Contracts konnten eine Transaktion entweder nur ablehnen oder durchwinden, aber eine direkte Kommunikation oder Interaktion mit Transaktionen oder Native Assets waren nicht in NEO 2.0 möglich. Und das möchte man jetzt mit NEO 3.0 ändern. Und das bedeutet, dass Smart Contracts direkt dann mit diesen Native Assets, also direkt mit Tokens wie jetzt den NEO Gas Token, direkt interagieren können. Das heißt, das Ganze wird dann künftig schneller laufen, was Transaktionen angeht. Und es soll natürlich dann auch sicherer werden. Also kurzes Fazit. NEO 3.0 wird die NEO-Blockchain nochmal schneller und vor allem effizienter machen und auch sicherer. Und das ist der springende Punkt. Und damit möchte man natürlich Unternehmen locken. NEO 3.0 ist ja dafür konzipiert, große Unternehmensanwendungen auf die Blockchain zu holen. Und ich denke, dass da NEO weiter gute Chancen hat, indem man einfach die Grundlagen jetzt schon legt, zum Beispiel durch den Beitritt zur .NET Foundation. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir in Zukunft eine weitere Kooperation mit Microsoft sehen werden. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Spekulation und das muss nicht eintreten. Aber ich denke, ich wäre nicht überrascht, wenn wir sowas dann auch sehen würden. Insgesamt unter dem Strich, glaube ich, ist NEO mit NEO 3.0 weiter gut aufgestellt. Ich denke, dass NEO auch in zwei bis drei Jahren noch relevant sein wird in der Blockchain-Welt. Ob jetzt NEO tatsächlich Ethereum das Wasser reichen kann, wird man abwarten müssen. Also ich denke auf jeden Fall, dass NEO eine Rolle spielen wird, auch in Zukunft. Und dann hätte mich natürlich eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Wie seht ihr das Ganze? Glaubt ihr, dass NEO Ethereum das Wasser reichen kann mit NEO 3.0? Oder glaubt ihr, dass NEO eher wieder verschwinden wird vom Markt? Schreibt bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Ansonsten könnt ihr meinen Kanal natürlich abonnieren, wenn ihr wollt. Und wenn ihr das Glöckchen drückt, dann werdet ihr wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video am kommenden Donnerstag geht es dann um die Bayern LB, die ja eine neue Studie veröffentlicht hat. Die sieht den Bitcoin-Preis im nächsten Jahr bei 90.000 US-Dollar aufgrund des Stock-to-Flow-Ratios. Und genau das Thema schauen wir uns am kommenden Donnerstag näher an. Und bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Video.